Bei welcher Temperatur entzündet sich ein Streichholz? Um das herauszufinden, bindet man ein Streichholz mit Draht an einen Temperaturfühler und steckt es in einen Kolben. Dann starte ich den Alchemisten. Ich stecke den Temperaturfühler bei T1 ein und drücke auf Datenreihe aufnehmen. Zuerst lösche ich die alte Datenreihe. Dann wähle ich Temperatur 1, Zeit und als Messintervall eine Sekunde. Jetzt kann ich die Datenreihe messen. Können vielleicht auch einmal ein bisschen heißer machen. Aber das sieht man in der Kurve nachher. Bis 80. Das sieht man in der Kurve nachher. Das sieht man. Das sieht man aus öfters, das sieht man aus. Die entstandene Datenreihe kann man sich jetzt angucken, im Menü unter Datenreihe anzeigen. Und beim Klicken auf Grafik sieht man einen Grafen.